Wo war das denn hier? Wo war das denn hier? Los, Jaki! Ja, und das ist für mich jetzt auch die erste Stelle, wo man es richtig mitkriegt, dass Feuer wird vielleicht in die Menge der Gegner nicht Feuer wird vielleicht in die Menge der Gegner nicht mehr runter. Alles klar. Ich glaube, die Szenarien ist nicht präzisierend gewesen. Wo fast jeder Schuss ein Revolt ist. Hm, passt. So, da kann ich ja nicht perfekt. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ich weiß nicht. Was ist mir in der Ausnahme zu perfekt? Perfekt. Oh, ich bin ja alles, denke ich. Hallo. Ich bin ja in der Ecke, hätte sie ihn durchaus auch erschlagen können. Habe ich doch. Ah, danke für das Geschenk, Jungs. Grenade. Sehr für sie Grenade. Hm. Grenade ist gut. To catch a Grenade for you. Ach ja? Ja, es tut mir so, dass ich es bringen würde. Ach ja. Ich glaube, du kannst. Ich glaube, du kannst. Ich glaube, du kannst. Schön finden, wenn ich... Okay. Togo. Ja, noch was? Ja. Was? Treasure, perhaps. Ach so. Treasure, perhaps. Mhm. Smart works, oh, you don't come go. Achtung! Ja, das ist erwart. In der Fall war er wohl, nein. Doch. Das stimmt. Bei jedem Spieler, ich habe rechnet es ja alles. Dank, die Türen sind zu. Ich muss einen anderen Weg finden. Hey, hier durch! Okay. 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 Get your Grenade. No. Nimm das. Ich bin zu spät. Danke fürs Kommen. Barlow hat eine verdammte Armee mitgebracht. Der Bus ist wohl gerade angekommen. Komm. Komm. Komm, die gingen die Kaischen. Komm. Komm. Armer. Ich hasse. Ich hab ihn auf die Fresse. Oh, der hat eine verdammte Armee mitgebracht. Ja. Komm, jeder. Das war gut dann. Na komm, wir haben 3. Komm, wir haben 3. Komm, wir haben 3. 1. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 7. 10. 7. Das ist der einzige Weg! Vorher seh's nicht! Ich bin auf die Brücke und ich bin auf das. Nichts ist das! Ich weiß es nicht, ich habe es. Wer ist das? Ich bin auf der Brücke und ich bin auf der Wand. Ich bin auf der Wand. Ich werde es nicht, ich bin auf der Wand. Ich bin auf der Wand. Ich bin auf der Wand. Nächste Kannst du auch zurückkehren? Nein Ich hatte gerade irgendwie so einen Nö, ich dachte, nur wenn die umbeißen ist Nein, dann musst du sie sichern Ja Runter Ja Ich weiß nicht, du hast den Weg drauf Ich glaube, das ist so ein Strich Nur im weißen Bereich Aber ich war im weißen Bereich Ich hab da Ich hab da Ich hab da Ich bin dein Kommentar Kommentar Nein Okay Das war's Plötzlich auch Musik aus Und, äh... Wir gehen durch Ah, okay Nein Ja Nein 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 So 3,2,1, meins Ah, lebt jetzt hier noch Muni Das macht doch schon was, ja Möste Das macht ja nicht Auch Sprinken Sprinken ging nicht Sprinken? Das ging nicht Ach, geht gar nicht Nee Hier geht's hoch Du warst ja vielleicht bei zwei Glaub ich dann auch nicht Na los, Sully, hilf mir mit dieser Tür Weil, äh... Laufgeschwindigkeit war Doch, also ich denke dann schon, dass das, äh... Ich glaub du warst Sully Das wär ja komisch Das wär ja komisch Okay Und, äh, wohin jetzt? Ich weiß es nicht Versuch's doch mal unten Ich steig auf den Schraufschutz Ich glaub du musst jetzt schon Ey Kann man rein, wenn ich hab geguckt Ob das hier was geflinkt was Außen vor nichts Blinklin Ey, wer das... Was zum Teufel... Er gehört zu Talbot Gehörter Ja, das ist unmöglich Die kam gerade erst Ja, aber, was ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht Aber das gefällt mir verdammt noch mal gar nicht Wurde das aufgeklärt? Dieser Typ war wohl. Also, wir wissen ja, warum es geht. Aber, ähm, woran der Typ hier in Frankreich gestorben ist, weiß ich nicht. Ja, das wird das. Hey, da, die Platten. Ich bleib hier, damit ich nicht aus Versehen auf irgendwas trete. Ja, gute Idee. Okay, da war's schon. Ja. Okay, also es geht los mit vier mal N, drei mal X, vier mal Y. Ich seh nach. Hier, es geht einfach noch ein bisschen im Mond. Da unten, da bin ich noch drauf. Ach, du stehst schon drauf. Du bist so weit. Okay. Eins, zwei, jetzt nach links. Ja, dann kann alles recht. So. Genau. So, dann links. Guck dann noch auf die Dinger. Runter. Jetzt gucken wir mal. So, dann haben wir das. Zwei X und drei. Eins, zwei. Ah ja, klar. Geradeaus. Also, jetzt nach rechts, auf die X-Platten. Genau. Jetzt geradeaus. Und dann hast du ja bis zum gelben Mond noch drei. Ja, genau. Eins. Guck mal erst mal. Das war's. Jawohl. Jawohl! Darum trinken wir einen. Ausgeflacht. Ist das Stadtfinster? Und dann der Alkoholiker? Hast du mal Licht? Ja. Ja, woher die Zigarre? Das sieht nachher aus, oder? Hey, etwas mehr Licht, Sally. Okay. Aber ich glaube, hier drin ist auch noch ein Scherz. Oder ein Alchemisten-Labor. Moment. Erinnert dich dieser Ort an ein Versteck? Ja. Und zwar in Maros gruseliges Versteck. Ja, unglaublich. Das ist gut, aber. Sully. Sully, das ist John D.'s Labor. Hier draußen? In Frankreich? Tja, er folgte den Hinweisen bis zu den Kreuzzügen. So wie Lawrence. Hey, sieh mal. Oh. Schon wieder Saberisch. Aber was sind das für Symbole? Er hat wohl an etwas gearbeitet. Hier ist so etwas wie eine Nachricht auf Henochisch. Da dachte ich am Anfang auch, das macht man jetzt wenigstens. Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Das ist schon ein bisschen schade. Er hat ja mit Magiegeister besprochen. Schon wenigen Rätsel gesprochen. Oder im Altar versteckt sich ein Geist. Oder im Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Oh, klar. Hilf mir schieben. Oh, man hat genau witzig, ich meine, das tut er. Man hat ja nie mit diesem Gerät gearbeitet. Ja. Was eigentlich so wichtig für das Spiel ist. Oh, danke. Nichts darüber. John D. Oh. Ach, du bist auch schlau. Und Alt. Ha. Das ist das, Alter. Oh. Sully ist es selber auf der Schöpfung gegangen. Wir haben nichts. Sully, gib mal Feuer. Ja. Sully stirbt bald. Viel besser. Sechs. Also irgendwann solltest du mal eine eigene Streichhandsarbeit. Und wird sich aber im Mund von zwei jungen Frauen links und rechts neben sich. Meinst du? Mhm. Das wäre ein schönes Ende für ihn. Würde zu ihm passen. Auch ein schönes Ende ist diese Stelle hier. Denn hier machen wir jetzt spontan. Ist damit schon ein neues Kapitel? Ähm, nee. Aber wir machen einfach, weil es ging mir richtig. Zügeklager, äh, Pause. Bin ich einverstanden, gut. Scheiße, automatisch gespeichert. Ja, ich. Zweimal reicht mir noch nicht. Da geht noch mehr, Aldi. Ja. Machst du nicht sogar dreimal? Hm? Machst du nicht sogar dreimal? Was? Nein, du bist ja in dem Garten nur einmal fast gestorben. Gott sicher. Absolut. Tja. Folge vorbei. Ähm, Frankreich ist, soweit ich mich anwenden kann, ein schönes Level. Da erfährt man schon ziemlich viel. Ähm, aber gute Frage, falls ihr euch das erklären könnt. Denn ich bin mir nicht mehr sicher, ob das wirklich im Spiel, äh, erklärt wurde. Ähm, oder ob das überhaupt eine Rolle spielte. Hm. Der Typ von Talbot da... Achso. Ne, es interessiert mich jetzt schon. An was der gestorben ist. Es wird ja nie, äh, so richtig geklärt, warum dieser Talbot auch, ähm... Ne, da kommen wir später noch zu. Da kommen wir noch zu. Aber zumindest ist dieser Typ ist jetzt, für diejenigen, die es unter euch schon gespielt haben, ist ein bisschen rätselhaft. Also meiner Meinung nach, woran er jetzt genau gestorben ist. Ja. Es gibt meiner Meinung nach nur drei Möglichkeiten, aber weiterzukommen. Äh... Hm, Altersfläche? Plötzlicher? Oder was übernatürlich ist. Punkt. Oder was du meinst, zwei übernatürliche Dinge, die natürlich ganz unwahrscheinlich sind. Das denke ich. Ähm, wir freuen uns auf nächste Episode. Ja. Da bin ich wieder dran, mit Sternen. Hoffentlich nicht so oft. Ich hoffe es natürlich auch nicht, aber ich meine, wenn du jetzt so fixiert darauf warst, mich echt sterben zu sehen, dann muss ich mir das mal überlegen. Es tut dir jetzt voll leid, ja. Ne, mir nicht. Außerdem, habe ich ja genau gesagt, äh, ne? Ist ja so ein Minigame. Wir werden sehen, wie er... Ja, erstmal gucken, wie du dich in Feuergefechten rumschlägst. Oder rumschießt, je nachdem. Vielleicht treffe ich besser, aber ich sterbe öfter. Naja, wir werden sehen, wir werden halt alles sehen, genau. Ja, ihr werdet es auch sehen, wir verabschieden uns, denke ich. Ciao.